Hallo, ich bin Viktor Worms und ein ganz großer Eishockey-Fan bei uns in Düsseldorf. Da, wo ich geboren bin, da wird man das zwangsläufig. Und ich finde das ganz großartig, dass dem Eishockey in Mittenwald an diesem Wochenende ein so tolles Forum geboten wird. Und ich habe mir gerade eben auf eurer Website mal angesehen, was beim Sledge-Eishockey, was ich überhaupt nicht kannte, so geleistet wird. Und erstarre vor Ehrfurcht. Ich glaube, das ist ein Gewinn für alle, für alle, die diesen Sport betreiben und für alle, die sich angucken können, was Behinderte leisten können. Mir bleibt nur, euch für die Carvendal Games in Mittenwald viel Spaß zu wünschen und toi, toi, toi!